hallo und ein herzliches willkommen zurück meine lieben freunde bei advanced warfare call of duty und wir haben im letzten paar die kernspaltung abgeschlossen haben uns ein bisschen verbessert und ja sind beinahe wieder gestorben weil alles in die luft gesprengt worden ist und wir konnten es leider nicht verhindern aber wir schauen was in der nächsten mission passiert will ich mal sagen los geht's es handelt sich um eine äußerst beunruhigende liveaufnahme das ist der background pacific reaktor bei seattle zeigungsberichten die händen gewehrschüsse gehören gefolgt von einer exklusivung wirklichen entbehörlichen personals fünf meilen in der hand von steuern und anrufen die befolgerung herrschung es folgt eine live einspielung rohmaterial offensichtlich eine absprache des kva anführers hades liebe mitbürger dieser welt heute habt ihr angst ihr habt angst weil ihr aus euren schlummern es gibt tage die vergisst man nicht manche momente brennen sich auf ewig in unser gedächtnis ein wo waren sie am tag als alles anders wurde vor vier jahren wollte ein mann unsere welt zerstören wollte ein mann dunkelheit über uns bringen dachten wir wir würden es niemals überstehen doch das haben wir zusammen als sie verwundbar waren gaben wir ihnen kraft als sie krank waren boten wir ihnen heilung als chaos herrschte sorgten wir für ordnung stabilität sicherheit die chance auf einen neuanfang wer wir sind wir sind der weg nach v oh ja das war die atlas werbung nachwirkungen detroit michigan usa aha exotipp spezialist einsatzschild overdrive und stim aktiviert willkommen in detroit zweieinhalb million menschen alle in lagern wie diesem echt kein urlaub aber sie haben nahrung wasser sicherheit alles dank atlas und jetzt hat die kva die eier nebenan einzuziehen leck mich nein ich hab keine lust aufzulecken zu lecken und so vier jahre später ok was 22 tage am stück scheiße aus kva macht keine pause und wir auch nicht verstanden sie wollten die leute im nächsten monat zurückbringen dann ist die kva aufgetaucht jetzt ist alles abgeriegelt sie beschützen unser ziel sind wir noch dran an ihm dr peter dann war er ist im innenstadt krankenhaus grünes licht vier jahre jagt auf hardes und seine rechte hand klopft einfach so an der tür das ist gibt's doch irgendwie daten die man irgendwie einscannen kann aber irgendwie habe ich bis jetzt sowas noch nie gesehen da kann man nicht mehr durch na egal wir folgen einfach weiter ist er nicht so relevant relevant welcome to atlas cooperation das ist die werbung die er alle so ruhig was ist hier los mal alle wirf mal Ball her ok was waren die für übungen werden die gescannt dass die überhaupt rein dürfen jetzt werden wir auch noch gescannt oh isotope was zur helle macht die kva in detroit was eine leere stadt ohne polizei oder augenzeugen ist ein guter ort um etwas zu verstecken oder jemanden ok viel glück da draußen oh yeah wieder auf dem bike fahren dann benutzen wir mal truf da wir synchronisieren autopilot autopilot naja noch besser muss ich mal lenken bravo 2 1 der doktor hält position im krankenhaus die uhr tickt ooooh yeah bei kontrollpunkt blauen 5 nicht vergessen wir brauchen ihn lebend um hades zu finden verstanden bravo ende boah sind die gepanzert krasser scheiß und befehl gedeon befehl 5 5 3 7 oh hallo 4 agenten auf bike starten befehl nummer 5 5 3 7 guck mich nicht so blöd an ich sehe nicht dicht auseinander dann gehen wir mal raus vier mit bikes müsste dann raus profit bravo 2 1 passieren linie delta wachsam bleiben ok hier ist alles unter wasser aha wir haben fliegende bikes so viel hat sich nicht geändert naja sehen wir ja noch was sich geändert hat wo sind wir hier die gegend kommt mir bekannt vor in einem anderen spiel wo gab es da klicker bravo 2 1 beim sammelpunkt bereithalten in bereitschaft 2 1 absteigen mit schlade ich nehme die nördliche seite hier zwei die südliche treffpunkt bade street verstanden ok aktivität 100 meter nordwestlich von eurer position geortet wir halten die augen offen aktivität aktivität ja da ist auch noch licht an in dem jeep ich denke mal da ist hier jemand rein räumfahrzeug voraus es sollte niemand in diesem sektor sein normalerweise nicht Einsatzvorgabe beachten leise bleiben ganz schön hier ganz schön ruhig und dunkel hier ist niemand frei frei profit sind bei kontrollpunkt blau durchqueren die schule verstanden wir haben euch wo lang mein herr hier ist nix was soll ich muss auf dich warten weil du so langsam bist scheiße what the fuck was machst du was machst du nur für sachen da ist jemand da ist jemand da ist jemand da ist jemand wir haben ein paar leute umgebracht war wir sind leichen sieht wie ein räumtrupp aus schutzanzüge fehlen schutzanzüge gelten jetzt als feinde verstanden wenn die kvar getarnt vorgeht könnte es mehr von ihnen geben als wir dachten schutzanzüge uhu scheiße wir können voll drüber laufen blablabla 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 ok ich mach auf ok niemand alles roger wahrscheinlich nicht überbrauch treffe hoch na da hier ist niemand hinter uns niemand hier lang ja komm doch hier ist doch niemand mach mal die Tür auf komm gib mal Gas wir sind von Atlas wir sind ja die langsamsten Schnecken hey wenn du weiter machst haha na hier ist niemand oh ok jetzt kracht zusammen oder vorsichtig 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 da unten passieren lassen aha was macht ihr hier naja mal blablabla 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 verdammt scheiße oh super noch weiter runter nein ich mag nicht mit allein in der tiefgarage ja super versteckt bleiben das ist super 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 ich habe keine waffe mehr oh man schleichaktion wie ich sie liebe sieht er mich sieht er mich das macht er du siehst mich nicht du siehst mich nicht fuck 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 schnell schnell leise leise ich habe keine waffe man scheiße verdammt da sind noch mehr von ihnen leise leise auf leisen sohlen musst du schleichen fuck von hinten kommen sie nämlich auch wo ist der jetzt hin der ist verschwunden oh oh hör auf damit okay da kam irgendwas größeres okay ich bin da wo bist du was passiert da draußen wuhu Puppenstücke ohne Waffe ist das voll gemein nein das war so klar komm 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 den kriegen wir da du Arsch und friss den dankeschön bääääms bääääms scheiße ha ich habe eine Waffe du kommst nicht bist tot bin draußen unten an der Feuertreppe Mitchell hier unten wo bist du da unten okay ich komme Du dachtest, du wärst aufgeflogen Nein Nicht mit mir Könnte mal Die kriegen sie alle kaputt Hunde, Hunde, Hunde Das war ein Hund Lass mich weg Wo denn? Ah, du Drecksköter Ich muss mich kurz schützen Drecksköter Das war jetzt haarscharf Das hätte ins Auge gehen können Fall, Falle Ich sehe die nicht Ah da Mein Gott Wo denn? Da oben Ist auch tot, oder? Da, da, da Stirb doch endlich Komm, komm, komm Komm doch hoch Ja, wenn die so komisch campen Ist das scheiße Granate Granate Keiner erwischt Ich kann den Feind nicht anvisieren Ich auch nicht Hallo Ach, das ist ein Hund Denk doch grad Was greift mich da an? Mein Gott Stirb doch jetzt endlich Sind jetzt mal alle tot Na, seid alle tot Ja, sind alle tot Gibt's hier irgendwas für mich? Wie ist die Lage? Sind am Treffpunkt in der Bait Street Die KVA ist überall Feuerfreigabe Dann macht sie alle tot Bin die Helmer doch Hinterher Versteckt Bringt sie doch mal alle um, Mann Auch tot Zum Auffüllen, komm Zum Muni auffüllen, komm Komm, komm Dankeschön Hopp, 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 hopp Boah, der Kommen sie Stirbt Wieder hinter Komm, komm, komm Hier, tot Ja, kommen sie Komm, komm, komm Gideon, mach doch mal was Hilf mir doch Overdrive Exo-Schild Komm Schieß jetzt Lade nach Da oben noch Wo, 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 wo Wo ist der jetzt hin? Ich sehe das doch Da Weg Seh ihn nicht Da Seh ich ihn doch Bämst Komm, jetzt Wir machen hier keine halben Faxen Hier, Mann Da sind sie Bewebung Stirbt endlich Jetzt bringen wir sie alle um Nein, kein Sanitäter Wir brauchen kein Sani Bin da Ah, bis jetzt wieder mehr Dann hopp Krankenhaus noch 100 Meter Entfernt Stieh auf Joker, gib uns Deckung Schieben, komm Pack, da kommt wieder einer Komm, schieben, komm, komm, schieben Oh, 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 oh Ich muss kurz loslassen Schieben Los, 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 los Komm, komm, komm 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 Okay, ich muss kurz loslassen Granate Bämst Das ist toll Schieb 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 um Komm, komm, komm Schieb mit dem ganzen Waden weg Unglaublich Komm, weiter, 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 weiter Weiter, weiter, weiter Granate interessiert mich nicht Okay, jetzt wird es wieder Äh Danke, dass ihr mich so beschützt Freunde Du bist tot Da, komm, komm Der nächste Komm, da oben noch Den da Schieb um Schieb den ganzen Wagen weiter Boah Aua Zugangspunkt rechts Bewegung Dann weiter Wir brauchen den Wagen nicht mehr Der eigentlich total unnötig war Der Doktor ist in der Nähe Erster Stock Ja, da rennen sie alle hin Wir brauchen ihn lebend Eine erwischt Eine Hä, die sind alle tot Hier kann ich nichts machen Hier oben Boah, der war scharf Boah, der war scharf Vorstoßen 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 Tribble kill Kontakt Nachladen Ja, stirbt Haben wir jetzt alle Haben wir jetzt alle Ja, du Ratte Diesmal hab ich dich So, das war Du Arsch Hallo Komm mit Dich müssen wir lebend hier rausbringen Dann weiter, komm Weiter, 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 weiter Weiter, weiter, weiter Müssen wir raus Einpacken und mitnehmen Yeah Ah, okay Das ist ein Zug Schon gedacht Jetzt kommt wieder was Großes Kommt auch mal ein Zug Ja, dann hopp Ich will hier nicht alleine Hier weiterkämpfen Fuck Scheiße Was war das? Nein Die Rettung naht Komm Komm Stealth Stealth-Anzüge Oder was? Die Elite-Truppe kommt Feindliche Truppen sind im Anmarsch Wir geben Deckung Nehmt den Doktor Und bewegt euch Ich würde lieber wissen Wer mich schützt Das ist geheim Boah Was ist eine gute Idee, Spass? Wir haben wohl keine Wahl Die Stealth-Tippen müssen uns schützen, hä? Dann lass uns abhauen Komm, komm, komm Auf die Bikes, los Auf die Bikes, los Ruff und abhauen Komm, 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 komm Gib Gas Los, los, los Darf ich jetzt fahren? Okay, ich darf fahren Abhauen Komm, 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 komm Los Weg hier Scheiße Sie konnten nicht mit Mitgliedern mithalten What the fuck Wieso? Ja, weil er mich vom Flascher Straße rammt Ich kann mit Mitgliedern mithalten Was soll denn der Kack? Komm, 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 komm Vorsicht Raketen Schnell, schnell, schnell Da rein Meine Fahrsche Komm jetzt Wuhu Komm jetzt endlich Entkommen hier Oh oh Das war knapp Wuhu Nein Zurück Ja Geil Treffer Direkt wo ich da Die Ecke Knall Kommt ein Zug Ja Geiler Scheiß Oh Mann Hey Boah Scheiße Scheiße Dein Wagen schneller Wie meiner Joah Fuck 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 Scheiße Kacke Sprung Da ist das Tor Ich komme Ich komme Ich komme Dann schießt wir auch gar nicht mehr oder wie Ah, sie sind zu stark Mit Waffen gesehen In das Ding Profit Ziel ist in Sicherheit Bring ihn zur Befragung Gideon Ende Wow Was für eine Mission Hey Krasser Scheiß Abgeschlossen Ach, wir haben Wirkung einen sich Haben Dr. Priadeanus Gefangen genommen Die rechte Hand von Hades Er wird zum Verhör gebracht Und wir haben nur einen Punkt diesmal Natürlich Scheiße Kanatenerkennung Machen wir eins hoch Na egal Ich würde mal sagen Das war es mit diesem Part Für heute Im nächsten Part geht es weiter Mit der nächsten Mission Lasst eine Bewertung da Und schreibt mir mal Wie es euch gefällt Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal